Hallo und willkommen zu meinem Rosti Kanal und zu einem kleinen Rosti Tested Games. Heute spiele ich mit uns auf Racing Classics, Drag Racing Simulator. Du bist neu hier, bevor du die ersten Schritte auf dem Karriereweg machst, beeindruckend mit deinen Fähigkeiten. Ich habe mir was aufgeschrieben, das spiel ist kostenlos ist eine early access gibt es auf steam könnt ihr euch herunterladen hat eine größe von knapp 200 mb also nicht viel also wirklich draufgeklickt schon hast du es da gibt es auf steam aber ihr könnt alles sehen lehrbuch zeige was du kannst erhöhe die monate zahl mit treten aufs gaspedal jetzt wechselt den gang in space was crazy du schallst du schnell warte bis der zeige haben ah das tut man ja klicke um fort zu fahren Mit einem echten Gegner? Okay. Ah, das ist so blöd. Weiß mal, wie sind wir hier? Kann ich das nicht wieder raus machen? Mit dem Gamepad machen? Ein Zeiger im grünen Bereich. Ich habe einen Sponsor für dich gefunden. Du hast das Geld für das erste Auto. Ist halt umständig, weil ich klicke. Okay, was wäre das Auto, das du kaufen willst? Was ist das für ein Auto hier überhaupt? Keine Ahnung. Forkast, S-Line. Oh, geil. S-Line. Edge. Naaah, S-Line, oder? Ja, Autofarbe. Silber gefällt mir nicht. Wow, in Black, Black Magic Woman, okay. Gehe hier um fortzufahren, okay. Kaufen mal. Jo, kaufen, na ja klar. Ich habe ja 76.000. In Betrieb, geil, jo. Klicke, um ins Hauptmenü zu gelangen. Achso, hier. Ähm. Autohaus, meine Autohaus. Ich klicke einfach mal auf Rennen. Wenn du schon dein Auto hast, organisiere ich ein Rennen für dich. Naja. Straßenrennen, okay. Okidoki. Also mit N. Mit N macht man Nitro. Das ist so. Ist das so crazy? You won. Bin ich klar, oder? Ja. Bin ich Chef, oder was? Enter. Immer mal Enter, genau. Jihi. Was, ich kriege da 1.525 Watt? Oh, winner. Oh, winner, winner, chicken dinner. Yeah. Nächster. Rennen. Das ist unglaublich. Ich habe mir befürchtet, dass du es nicht schaffst. Deine Haltung hat einen Sponsor angezogen. Ich vereinbare einen Termin für euch. Oh, yeah. Hallo, kid. Ich bin seit Jahren in diesem Geschäft und kann dein Potenzial erkennen. Bald wird der Rennsaison eröffnet und ich brauche jemanden wie dich. Was sagst du zu unserer Zusammenarbeit? Du gewinnst, ich zahle. Okay. Rennen. Oh, yeah. Ja. 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 Pum, 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 pum. Halt mal auf, Leute. Jetzt geht ein Panker her. Halt mal, aber kein Pfähler her. Jo, zu spät gemächselt, du Pfeife. No problem. Das ist verrückt. Ich halte ein simples Spiel, aber zu zwischendurch, weil man ja mal nichts zu tun hat oder so. Rostig Ratner. Yeah. Ich bin 24er. Aufstieg im Ranking erreicht. Okay. Was haben wir denn hier? Benzin haben wir ja noch. Ja. Nächster. Unglaubliches Rennen. Du hast alles, was man braucht, um meistens der ganzen Stadt zu werden. Mach weiter so. Prima. Sehr gutes Rennen. Ein Ost, dieses Stadtteil, so Roxana, hat deine Fähigkeiten bemerkt. Ich denke, du fährst gut genug, um dich mit ihr zu messen. Oh, Verbesserung. Motor, äh. Motor. Kostenlos. Leistung zahlt 53. 2420. Im Moment konzentriere ich auf den Motor. Verbessern. Logisch. Zuzugstärkende Stärke des Motors. 7000 Watt. Turbo, 6000 Watt. Kann man alles nicht leisten, ja. Stufe 1, Stufe 2, Watt. Reifen. St Helmet. Auspuff. Auspuff. 1.000 Watt hätte ich noch. Kraft-Bonus. Kaufen wir, oder? Na ja, klar, oder? Gute Arbeit, jetzt weißt du wie der Nauten zu verbessern ist, gehen und shoppen mit Verbesserungen zurück, sobald du merkst, dass es ein Problem mit Gewinn gibt, okey okey, dann gehen wir wieder auf Rennen, Bossrennen, Bossrennen, oh ja, Bossrennen, ein Bossrennen, achso, rennen, oh, oh, hier haben wir schon eine coole Karre, oder? No problem, no problem, no problem, I'm the racing queen, verstehst? Ist halt ein simples Spiel hier, aber es kostet ja nichts, Leute, eine Rundschraft freigeschaltet, Serial Winner, yeah, ah, das gibt Dollar, jetzt haben wir schon wieder 6000, oh yeah, nächster, Rennen, Busrennen, klar, dann machen wir was, wenn man sagt, kannst du das Rennen nicht gewinnen, okay, machen wir ein Ranking, oder machen wir ein Straßenrennen, machen wir ein Straßenrennen, was Tipp, oh, coole Karreide R, ein nicees Karreide, aber meiner Schatz gar war mir so schlecht, oder, würde ich sagen, hm? Ah, ein bisschen in der Stadt war peinend, verstehst du? Aber meiner geht ja schon ab wie die Luzi, gell? Meisterne Schallknöbel, verstehst du? Ich habe nur ein Drag Racing Simulator, ihr kennt doch diese Drag Race. Tank auf 15 verkleusern, tanken gratis, oh. Was? Bloß in der? Was? Ich fuhre dir ein extra Sonnenangebot am Arsch in der Hand anpassen. Autofarmen, was ist das? Oh, nice. Nei, lass uns fast ein Auto brauchen wir. Oh, ein... The Red Devil? Oh, Pink Lady, oh ja. Ne, brauchen wir nicht. Bam. Also, Autoaufkleber? Ich will keinen Aufkleber, dankeschön. Rennen? Mechaniker? Oh, Kunde, herzlich willkommen in meiner Werkstatt, ich bekomme von deinem Motor alles wirklich alles. Die erste Modifizierung bekommst du von mir gerade, das beachte ich jedoch, dass der Kraftboden sich immer gegeben wird. Ah. Krabbe, was kostet das? Logisch. Dann können wir wieder ein Ranking machen. Klar, Ranking-Info brauchen wir nicht. Ne, ecklich, oh. What? Ähh. Ah, jetzt geht er auf. Ah, der geht ab wie die Rakete. Ich mein, der Sound hört sich ja gut an, so. Für dich. Ah, sag ich ja schon für zwischendurch mal. Ich will ja zeigen, was es umsonst gibt oder kostenlos und ich will kein Geld haben wie mich. Ah, scheiß ehrlich, ey. Können wir neue Dinger kaufen? Na, kaufen ja. Äh, wer dann? 7000. 261. Getriebe. 262. 233. Was ist das? Ein Turbo. Können wir uns kaufen, oder? Kaufen wir noch. Und noch Reifen? 5000. Das lag mir schon gar nicht mehr. 4000, was ist das? Nächster Truck. Oh ja, geil. Das kaufen wir auch. Machen wir noch ein Rennen, oder? Eins können wir noch machen. Können wir noch ein Boss Rennen machen? Oh, ja. Wir können noch ein Boss Rennen machen. Ich habe doch gelacht, wenn wir den nicht besiegen, hier, oder? Jetzt habe ich aber den Start verpennt, hier. Die Start habe ich ein bisschen verpennt. Die Start habe ich ein bisschen verpennt. Ein bisschen verpennt. Aber ich habe keinen Gegner, ja, verstehe ich. Plus 25.000, jopa. Nächster. Lol. Ja, geh fort. Du bist so gut, dass du vom Bundespaar bemerkt wolltest. Die wollen am meisten gesuchten Kriminellen in der Stadt festnehmen. Bist du daran interessiert? Oh, ja, klar. Verbre... was? Nehme die meisten von... Oh, ja, klar. Rennen 1. Preis. Oh, nice. Also, auf jeden Fall schon einiges zu bieten, würde ich sagen, ne? Really? Wow. Schau dich mal die Karre an, ja. Hä? Too late. Oh, da geht ja auf wie ein Punk abhier. Ja, da... Das ist ja ein Maschinen, oder? Wow. Das ist ja ein Gerät, ja. Bisschen crazy. Marco ist der Loser. Äh, I'm a Loser, Baby. So why don't you kill me? Nächster. Bastet. Rennen 2. Nächstes Rennen in 21 Stunden und 44 Minuten. Äh, 21 Minuten. Ne, 21 Stunden. Ah. Dann gehen wir wieder zurück. Aber ein Rennen machen wir noch, oder? Noch ein ganz normales hier Ranking. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende, ne? Man hat ja eh mein Tankball leer, ne? Jetzt wieder mit meiner gewohnten Höllenmaschine, ne? Ah, die Startschule wieder ein bisschen verpennen, ne? Ich klo ins bisschen. Aber schalten wir nicht gut drauf. Hab ich gut drauf, ja. Ja, ich mach kein Spiel mehr, wenn einem langweilig ist, oder so. Ah, jetzt will er nun mal hier. Was für Zwischendurch seid ihr, oder? Alles klar. Okie, okie. Und wunner, wunner. Ja, Freunde, ich würd sagen, dann kommen wir mal zum Ende, ne? Was? Du hast keine Autos? Ah, ich hab nur Autos in diesem Level. Ah. Cooles auch auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall Racing Classics, Drag Racing Simulator. Wie ich gesagt, gibt's ganz klar auf Steam, ist noch in der Early Access und hat eine Größe von 200 Megabyte. Also lächerlich, im Prinzip. Man kann's ja mal spielen so, für, wenn man grad nicht weiß, was man tun soll, oder so ein Let's Play aufnimmt wie ich. Dann kann man das tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für's Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr noch beim großen Kanal. Bewertet doch dieses Video, schreibt es hier in die Kommentare und falls ihr noch keinen Abo habt, einfach nur aufs Köpfen drücken. Press the Hit-Button für den Subscriber-Channel. Ansonsten geniht das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. V-Zinnig. Und bis zum nächsten Mal, ich sag. Tschö mit ihr und fängert den Rotz. Und fahrt vorsichtig. Euer Rosti-Kanätenab. Bye-bye. Ja, ab wieder auf die Rennstrecke, ne. Ciao, ciao. Oder bitte mich als Mechanikerin flirten. Ah, ah, ah. Ciao.